Ja alle die mal vorbeischauen wollen x-gaming.com so wird das angepriesen was ist da los? x-gaming Du sagst das so leicht gay-erotisch, das ist schon ein bisschen ab-turn so ne? x-gaming 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 Nee. Heißt ja nur Deutschland. Aber .com ist commercial. Worüber reden wir eigentlich? Das ist so ein Schwachsinn gerade. Welche Map spielen wir eigentlich? Raid? Ne, doch nicht. Was ist das für eine Map? Ja, Raid. Diese überflugelte Scheiße. Wir zocken bei Black Ops. Oh, ich will auf Raid spielen. Raid ist so cool gewesen. Das war der Bombenknaller. Das war die einzige Map, die gut war bei Black Ops. Das war die Map, Alter. Die war so geil, die Map. Nein! Oh, ich hasse diese Scheiße-Fick-Drecks-Claimers, Mann. Die Bombe wurde platziert. Aber ich hatte den Körper schon. Du hast meinen Körper? Vor dir, Max. Vor dir! Oh, bist du rot. Den hast du gedropt-shottet. Pass auf, der Fick! Was? Der müsste genau unter dir sein, ne? Weiß ich. Oh, nee. Das steht dort in der Ecke, ne? Es steht dort in der Ecke, ja. Das ist natürlich dann... Ja, steht dort in der Ecke. Sie haben die Bombe entfernt. Wir haben die Runde verloren, aber nicht den Kampf. Ah, ich will nicht mehr. Ich fesse hier, ey. Ich will nicht mehr. Wir suchen und zerstören. Warum nicht? Komm, wir müssen noch ein paar Runden. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Aber, ähm... Wir haben die Bombe. Es geht vor mir. Ich muss ihn verfolgen. Jetzt nicht mehr. Jetzt geht er woanders hin. Kann ich nur... Ah, ist frei, ne? Wir können doch bei A die Bombe legen. Was ist denn los? Ey, ich werde nur weggekämmt. Einmal schnell raus. Oh, guck mal, der Chanty doch nur rum. Der hat doch gar nichts gemacht. Der hat doch gar nichts gemacht, der Böse. Mach keinen Rage-Quid. Du musst deine innere Mitte finden, was? Am spawnen. Keule. Hat er irgendwas geiles in der Hand gehabt? So ein MG, ne? Oh, du Schälzer! Ich lasse nicht filmen und einfach nichts machen. Weil ich bin getarnt. Ah, das ist langweilig. Oh, da kommt wieder ein Killcam! Wie geil. Habe ich die Killcam? Oh, ich könnte die Killcam haben. Oh, bitte lass mich die Killcam haben. Nein! Ich habe die Killcam nicht. Oh, scheiße. Guck mal. Er hat ihn noch nicht mal getroffen. Er hat einmal so rumgeschwirrt, Alter. Da wo er schon tot war. Machst'n Lappen. Guck mal die Bombe. Und dann gehen wir auf A jetzt zusammen. Wir haben die Bombe! Guck mal, da ist ein blauer Pfeil umgeschwenkt noch. Der mag's. Was war los? Da ist er bei der Bombe, ne? Da war ich fast auf das andere A als geklappen wäre. Auf das andere A. Schiffer. Ist mein, äh, BB-Spot? Ich habe Satcom, hat noch einer von uns Satcom? Ich habe Donut. Was sagst du? Ich habe, ähm, 2 zu 1. Oh, 3 zu 1. Gut gemacht, Ghost. Bereit machen für die nächste Runde. Der ist halt echt ein Donut. Was ist los? Nix. Ah, die Map ist auch echt beschissen, Mann. Wie kann man auch mit der MG rumlaufen, hier mit der Chainsaw? Das ist, ne. Doch, das ist ne Chainsaw. Ne. Ne Kettensäge. Das heißt aber Chainsaw, das Ding. Der hatte aber dieses, der hatte doch gerade die Hitler-Säge, oder nicht? Ne, der hatte die Chainsaw. Was labisch du? Ich hatte die doch in der Hand. Ich hab da auch gehoben die Knarre vor der Runde. Kein Verstand. Die Hitler-Säge, das war doch das andere Match davor. Ich weiß gar nicht, ob wir Hitler-Säge sagen dürfen. Hahahaha. Oh, der kommt von hinten. Oh, hab ich einen Aim, Leute? Guckt euch das Aim an. Das ist ja übelst krass. Ey, ich werd schon wieder weggekommen. Ich werd nur weggeschwimmelt. Schlecht kann man nur weinen, Mann. Oh, aber du hast kein Donut mehr. Juhu! Gut gemacht, los. Bereit machen für die nächste Runde. Mal, mag's geht auch ab? Guck mal. Suchen und zerstören. Such den Feind, der in der Ecke steht. Aber bei SCAV gibt's noch gar keine PS4. Ne? Ja, weil irgendeiner hat mir das... The Devil hat das so erzählt. Der hat doch so eine irgendeine komische Seite gehabt. Ich hab auch Satcom. Irgendwelche so gemordeten Controller gibt's auf jeden Fall schon. Also mit X und so. Gertäuscht. Und unten mit Paddles, mein ich. Washed. Mit Paddles. Oh, was war das? War das ein Gegner? Nee. Oh, klaut die Gegner nicht. Das ist meins. Hörn mir! Hä? Hä? Oh ja, oh Gott, ich seh ihn nicht. Ich renne einfach stur der Karte entlang und er hat Ghost am Start. Ekelhaft. Einer war noch hinten beim A-Sport, B-Sport, ne? Sauber. Oh, 9 zu 1, oha. Ja, was denn mit Chilo? Drogen genommen oder was? Ich weiß auch nicht. Die sind mir aber alle grad schön reingelaufen. Hoffentlich kommt mal ne geile Map. Und sowas wie Rage, cool. Rage wär schon cool. Rage map ich ganz, ganz ne. Ich spiel irgendwie das Tremor. Find ich. Aber die ist auch scheiße. Ja, das stimmt. Aber die spielst du nicht.